guten tag freunde und herzlich willkommen zu einem neuen vlog das ist mein freund big heute gehen wir nach münchen das habe ich bei der freundin zum geburtstag geschenkt und nehme ich heute mit an diesem entspannenden tag nebenbei bestellt wie bei lieferhält nikes auf ihr nacken ich habe die jacke von jung von meinem freund meine ich mag schwänze hier darf nur die zehn von zehn aus stuttgart lang laufen die haben alle in der erlaubnis geholt hier wie in italien also das ist das fazit 52 euro 54 54 was sagst du starker weiss das schmeckt auf jeden fall was sagen sie 54 euro schmeckt meinung sehr geil zehn von zehn das ist ja hier alles so fein gekost ich wusste wo gibt es denn hier den döner ich mag schwänze so weit sind wir schon Und schau dich auch. So schön, Liste. Sei vorerst noch? Sei vorerst noch? Warte? Oh, Miranda. Ach. Curry ist nicht so weit. Voll. Voll.